Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, niveauvollen Folge Minecraft Together mit Alika 2.0, der Sponti, Faustus Zockt, Extreme und Madin. Servus. Oh Gott, oh Gott. Da er sagt Madin und ein Creeper explodiert vor mir. Nein, 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 nein. Ich fand das grad geil. Alika 2.0. Ist das Version 2.0, erste Prototyp aus dem Arsch oder was? Ist mit Updates, jetzt mit Mikro. Mit Mikro. Moment mal, es kommt noch als Version 1.9 raus, also ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. 2.0 läuft da jetzt drauf. Lame. Kann mich mal jemand unterstützen? Nein, was? Bei meinem, bei meinem, bei meinem Robau ist ein, ist ein Skelett. Ach, Golden Skelett. Ich hab kein Schwert. Doch, ist die noch easy-schweig hier. Was ist das? Die mit dem Stick kaputt. Dankeschön, Fuchs. Sag ihn doch einfach mal bitte, ob er weggehen würde. Warum sind wir gleich Gewalt, ey? Dankeschön. Vielleicht hatte der auch mal Familie. Das ist einfach... Der hat jetzt noch Familie. Es ist ein Robau. Ich sag doch, dass es ein Robau ist. Du, mein lieber Sponti, du bist schuld. Das macht ja nix. Immer. Ja, aber ich kann doch nicht reden. Von Tatsachen, an die habe ich mich schon gewöhnt. Ach so. Ja gut, na dann. Wie komme ich jetzt zu dir? So. Sagst du gern nochmal? Entschuldigung, es war gelogen. Sagst du dich nochmal gern nochmal. Sieht nicht schön aus. Also, minus eins hast du gesagt. Ich hab keine Ahnung, wie tiefe es in. Warum kommst du nicht in meinen Keller und guckst? Ich bin so weit und ich muss da laufen. Ah, du musst ja eh hinbauen, oder nicht? Ja, ich wäre ja direkt hingegangen, gebaut. Ich hab nicht keine Ahnung, wie tiefe das ist. Ich hab mir das ehrlich gesagt ehrlich nicht gemerkt. Alter, was greift mich denn gerade an? Und die... Ach denn? Ich hab gedacht, du hast eine Ahnung von dem, was du machst. Er war gut. Ganz viel. Hä? Ihr... Sprech dich aus. Sprech dich aus. Rede mit uns. Rede mit euch nicht. Das reicht. Ihr macht mich redeschwertig. Warum läuft ein Zombie durch dein Haus, ignoriert dich und läuft auf mich zu? Ja. Er weiß, was gut schmeckt. Ja, du brauchst noch ein Update 2.1 brauchst du. Dann läuft er nicht mehr in den Keller. Ein Auftrags-Werder. Ja, dann greifen sie auch dich an. So. Oh mein Gott. Oder es war der Besitzer. Der Besitzer. 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 So. So, ich brauch... Oh, jetzt muss ich gleich noch andere Seed farmen, ich glaub so. Du hast ein faires Leben, Sponty. Ja, aber echt mal. Die ich farmen muss. Aber echt mal. Ach, Sponty. Dabei ist Minecraft gerade nicht dafür bekannt, dass man so viel farmen muss. Ah, Mist. Du klein. Kenn ich nicht. Farmen? Was ist das? In Minecraft? Vielleicht haben wir nur andere Farmen. Ja. Hol mir immer kleine Sklaven. Ich geh immer offline und irgendwann ist was in der Truhe. Komm. Oh, Sponty. Du hast mich jetzt so weit getrieben, ey. Was hab ich? Das hab ich jetzt so weit getrieben? Wer hat drehen getrieben? Ja. Das sind mein Keller, oder? Ja, ich geh in deinen Keller freiwillig. Ja, das wird auch mal Zeit. Welche Ebene eigentlich? Du hast nur eine. Was hab ich? Du hast nur eine Ebene. Ja. Siehst du, minus eins. War auch nicht falsch. Was willst du denn? Hä? Aber du hast verschiedene Höhen. Ich weiß nicht mal, welche Höhe richtig ist bei dir. Was? Ich weiß gar nicht mal, wo du bist. Ich seh dich nicht mal in meinem Keller. Bin ich in deinem Keller? Oh my God. Mein Keller ist hier. Da. Okay. Und was sind die anderen Sachen hier außenrum? Da sind Schirachos. Und da ist Extreme. Das heißt, du müsstest hier am besten reinkommen. Hier. Also ich bin der Einzige, der den Keller hat. Hier. Du hast ja bisher nur einen Durchgang gemacht, oder, Sponti? Ja, ich baue aber gerade meinen Keller. Ach so. Also ich baue hier am besten durch, okay? Gut zu wissen. Ja, wir haben da schon was grob vorgefertigt. Wir haben da mal was vorbereitet. Also ich gehe hier einfach mal einmal quer durch die gesamte Stadt, okay? Ja, das ist quasi wie so ein Kanal. Genau. Da bist du genau richtig. Genau da. Okay. Er klingt falsch, aber... Wer hat sich da wieder mit einem Creeper angelegt? Unschuldig. Ich weiß aus dem Weißer nicht. Komm her. Aber da Faustos als erstes gleich geschrien hat, dass er unschuldig sei... Nein! Kannst du mir das nicht glauben? Genau. Ne? Und im Himmel feiern sie Ja, Marc. Echt? Jetzt sind sie mit der Yalab-Bombe unterwegs. Echt? Cool. Und hier droppt es bei dir, ne? Warum mal... Ja, weiß ich. Ich habe die Handwerker schon angerufen. Nein! Nein! Bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! Aber sie sind einfach teuer. Sag mal, was macht ihr denn da? Sag doch mal Ja! Sei doch mal ein bisschen optimistischer zu allen. Guck mal dieses Nein! Echt? Weißt du, gar nicht mal überlegen, nicht mal versuchen, nee, gleich Nein sagen. Ja, weil die Spinne wegbleiben soll. 64, ja? Die hat die arme Spinne in Ruhe. Die hat auch ein schweres Leben. Die ist mir sowas von egal. Oder meinst du, es ist schön, Nacht immer aggressiv zu werden? Dann meinst du, wie die Spinne sich fühlt, wenn die an dir... Echt? Echt? Vielleicht auch? Nein, nein, nein. Nein, nein. 64. Da ist die mit 64. Das ist die Höhe, wo ich hin muss. Bitte? Achso. Ja, ich muss die Höhe irgendwo merken. Ja. Ich sag dir gleich mal, auf welcher Höhe ich bin. Also. Super Mario, nein. Du kannst hier oben gehen, während du zu uns kommst. Ah, das wäre... Das wäre... Das wäre... Das wäre so eine dumme Idee. Ah, das war gar nicht von mir gewohnt. Was? Bonte? Überrascht mich. Ah, ich erst. Bonte Typ. Schon ein guter, ne? Ja, das ist der Kerl. Gifte. Kommt man mit klar. Komm mal an. Wenn nix anderes da ist. Ja, ich find mein Haus schon super. Ja, ich find's auch gut. Also es sieht nach... Innenhaus aus. Haus aus, ja. Warte, woran erinnert mich das? Euter? Pfff. Das ist kein... Stimmt kein Haus. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Was will der Künstler uns mit diesem Kunstwerk sagen? Ja, ich sowieso. Ich hab am meisten Ahnung von euch allen. Von was? Von allem. Von allem. Von allem. Das ist ja Respekt. Ich möchte gar nicht von allem so viel Ahnung haben, weil bei ein paar Sachen wird's ja heißen, man hat's selber erlebt. Und es gibt echt Erfahrung, auf die möchte ich verzichten. Ja. Beispiel? Apple? Tripper? Syphilis. Syphilis. Syphilis wär auch so ne Erfahrung, auf die könnte ich gerne verzichten. Aber die hast du natürlich schon gemacht. Ja, ja, klar, klar. Einmal wie genau. Ehrlich? Ja, ich hab... Ich stand früher immer auf den Märkten und hab Tripper verkauft. Oh, Mann. Oh Gott. Was denn? Das gab's manchmal zum Sonderangebot. Ja? Muss ich auch sagen, da bin ich immer sehr offen gewesen für alles. Das musst du auch sein. Ja, klar. Ich werde gerne einmal das Mac Tripper-Menü. Oh, das? Das haben sie vom Markt genommen, hab ich gehört letztens. Ja. Ne, schade. Sehr schade. Leider, weil der Häpes ausging. Oh mein Gott. Wie bitte? Haben wir einen neuen Tiefpunkt des Niveaus erreicht, ja? Und meine Ansage dazu, ey. Okay, Mann. Ja. Niveauvolles... Ich dachte, ich geb deine Ansage einfach mal ne Untermauerung. Untermauernung. Äh... Nein, ich mauer hier nur. Im Minecraft kann ich leider nicht malen. Oh. Wahrscheinlich ist auch besser so. Nein! Hast du die falsche Farbe? Verdammt. Na, ich glaub die falsche Farbe wird nicht dran liegen. Ich bin in ein Loch gefallen. Oha. Hol ihn doch einer mal da raus. Klingt jetzt falsch. Sonst kommt er durch den Fernseher. Cool. Er ist in den Brunnen gefallen. Ach, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. So. Wie baue ich das denn jetzt weiter? Wie baue ich das denn jetzt weiter? Sag ich immer gleichzeitig so mit allen anderen. Das... Wir warten immer direkt ab, bis du es sagst, damit wir es auch sagen. Genau, das ist das... Psyche. Wir sind dahinter. Psychologische Kriegsführung. Ohja, Krieg führe ich auch gern. So, und ab weiter im Keller. Dann mache ich einen ganz ganz kleinen Kellerraum und behaupte denn, ich bin fertig. Nein. So wie ich also. Achso, du bist also schon fast fertig Sponty, okay. Ja, in der Tat. Welche Überraschung. Ja, kennt man gar nicht von mir. Ich bin selber überrascht ein bisschen. Und schockiert. Und hab Angst vor mir gekriegt. Okay. Alles zugleich. Alles gleichzeitig. Mist, 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 Mist. Nein, 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 nein. Wo drückt der Schuh denn jetzt schon wieder? Echt? Das wollte er gar nicht mehr. Hört sich gesund an. Aber dieses Gestöne. Das Gestöne. Das gibt es. Es regnet schon wieder, oder? Ich hasse Regen. Jetzt wollte ich gerade den terrestlichen Baum erzünden. Always Regen tonight. It's raining, man. Yeah. Yeah. It's raining, man. Oh Gott, hört auf, bitte, bitte. Ja, Frames brechen ein. Ja, Frames Einbruch. Egal, ich gehe in den Keller. Geh mir FPS in den Keller. Geh mir FPS in den Keller. Geh mir FPS in den Keller. Und ich komm mich besuchen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er kommt mich besuchen. Ich muss doch noch aufholen. Das klingt wie ne Drohung. Der Schuh ging nicht an mir vorbei. Der Schuh? Der Schuh? Der Schirra Schuh? Ja, der Schirra Schuh. Hat kein Glas. Aber damit hast du es selbst übertroffen jetzt, Extreme. Liebe Grüße an dieser Stelle, Chira. Ja. Extreme. Chira. Süße, süße, kleine Dingenskirchen. Chira, wie willst du? Ja. Wir haben einen schönen Tag. Wir haben dich, Chira. Hey. Müssen wir jetzt prima mit Gebühren zahlen? Ja, dir. Ja. Macht ja nix. Wir sammeln. Ich gehe nicht. Oh, jede Eile gleich die Tür machen können, habe ich vergessen. Ich glaube, Chira verpfeift uns jetzt an die Gamer. Da habe ich mir auch ziemlich sicher. Aber ist ne ganz nette. Die Gamer oder die Schlierer? Gamer. Bist gleich leise, Martin. Ne, es liegt nur daran, der Ring ist so laut wahrscheinlich. Martin, ich hab dir zwar gesagt, du sollst das Mikrofon nicht direkt in den Mund nehmen, aber musst auch nicht 2km davon entfernt stehen. Das tut mir leid. Hallo, hallo. Wer hört? Ich glaub, ich weiß nicht wie es geschmeckt hat. Du bist echt leise. Sindst du wirklich grad weiter weg von deinem Mikro? Ja, eigentlich ja nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ja, eigentlich. Ja, ja, genau. Ihr habt mich bestimmt nicht laut gestellt und hab gedacht, ja, ich hab mir eh leise gelassen und blablabla. Blablabla. Wann meint dir kommt der Martin darauf, dass wir ihn geblockt haben? Weiß ich nicht. Ich bin echt mal gern hören, ob er so viel redet gerade. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich bin echtray. Ich bin echtray. Ich bin echtray. Ja, ich bin echtray. Ich bin echtray. Wie bitte? Ich hab... Ich hab die falschen Bretter benutzt. Ja, ist doch doof. Ich muss mein ganzes Haus umbauen. Weil's nicht passt. Das ist schade. Ja. vorher jetzt passt es. Wer plant denn hier vernünftig? Ich? Also, also, bitte! Also, 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 planen. Das war jetzt aber eine Aussage, die kann ich nicht unterstützen. Also, das schaue ich mir nachher erst mal an und dann sage ich noch mal, wie viel ihr geplant habt. Ja, guck dir, du kannst es uns jetzt schon angucken. Ja. Was sagt der Ding? Ist der Architekt dazu? Bevor ich das beurteile, brauche ich erst mal meinen, äh, Lava-Eimer. Da brauche ich erst mal Creative Mode. Dann kann ich. Bisschen TNT. Dann geht los, sagst du. Ja, dann geht er richtig. Da geht er ab, der Lord will. So angelo, ah. Scheiße. Hast du gesagt, ich bin scheiße? Ja, scheiße. Scheiße. Alle reden durcheinander. Mit acht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo der Sponti ist. Ne, aber jetzt komme ich doch mal zu dir. Hast gedacht, der Kelch geht an dir vorüber, aber das ist jetzt nicht so. Oh, schon weh. Achtung, Achtung, 14 Minuten. Achtung, Schande, Achtung, Schande. Oh, oh. Ich schaffe nie, was mir folgen. Na guck, ich habe jetzt schon meine Wände hier eingezogen. Bin jetzt schon beim Dach, fast. Ist ja richtig over the top. Gut. Damit gehört sie zu den oberen 30.000. Ja. 3, 4, 7, 6. Ach, super. Ist das jetzt mein Problem? Das ist dein Problem. Ja, die Koordinaten. Fairer Forming ist das Problem. Mein Problem ist, ich bin zu faul irgendwie einen Tunnel zu machen, der mit dem Knick drin ist. Dass ihr alle Probleme habt, ey. Ja, Sponti. Wir nehmen da ein Problem. Ich doch, euer Lieben. Echt, ey. Nein. Verdammt. Was ist das denn? Die Leute freuen, die Alika muss ein bisschen chillen. Oh mein Gott. In der ganzen Folge hört man es doch nicht, aber dann immer so. Nein, nein, nein. Richtig. Nein. Nein. Das ist halt mein Lieblingswort. Ja, ich weiß. Bei deinem Freund, der hört das auch. Ich brauche einen Nein-Zähler ein. Einfach auf Prinzip. Oh ja, mach mal. Ich will jetzt nicht wissen, wie oft die Nein sagt. Ich glaube, ich komme gar nicht hinterher. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Genau. Nein. Aber wie die Zeit immer drängt, sowas aber auch. Ja, es drängt. Ja. Ja. Hart und nied. Nö. Nö. Das ist echt nicht. Also bei mir drängt die Zeit nicht. Bei dir? Bei mir. Ja. Also ich muss ja noch nicht arbeiten. Ich muss unbedingt ein Dach einbauen hier. Das geht gar nicht. Denkst du bei dir rein, oder? Ja. Ich habe gleich ein Swimmingpool hier. Komm. Geil. Der Osten soll sich mal beeilen, Mensch. Wer schmeißen hier Weizenkörner bei mir ins Postfach? Ähm. Der Postbote war da. Wenn's liegen waren... Ähm. Okay. Ach schön. Okay. Der Postbote war da. Ach, da stand Briefkasten drauf. Ich habe einen Mülleimer gelesen. Entschuldigung. Das ist ja nicht so schlimm, ne? Ihr könnt doch ruhig euren Müll entsorgen. Oh, oh. Gut. Danke für den Hinweis. Was? Also ich leuchte es euch natürlich noch gerne mal hier aus, ne? Wie war das nochmal... Da würde ich auch mal sagen. Zeit drängt. Wie war das nochmal mit einer Schere? Zeit drängt. Was ist das? Was ist das? Nein. Das hört ja mit Chewbacca drauf. Oh, oh mein Gott. Dinosaurierangreifel. Du Essigverhang. Was war das? Die Koffel, um uns zu holen. Kann mir jemand ne Schere vielleicht leihen? 2 Eisen. 2 Eisen draus halt. Wenn du mir 2 Eisen gibst, gerne. Oh, Mann oh Mann. Ja, ich habe keine 2 Eisen. Was? Die Schere, die ich nicht mehr brauche, die kannst du gerne haben. Da habe ich euch damals Blätter abgeschnitten von meiner Farbe. Ja genau, das will ich nämlich auch tun. Wo bist denn du? Alle wollen Blätter abschneiden, ne? Dankeschön. Jetzt darf ich dich nochmal mal schlagen. Hey! Merk wie meine Frames einbrechen, wenn ich Blätter abschneide. Ja, ich weiß, da habe ich das drauf angelegt. Haben wir eben schon gesagt? Die Zeit drängt? Die Zeit drängt? Gut. Die Zeit drängt? Ja, mein Hund. Schon seit 2 Minuten drängt die Zeit. Mein Hund? Okay, dann mal ganz schnell, ich muss dann mal wieder hin. Das wäre schön, wenn wir die Folge beenden könnten. Okay. Nö. Nö. Dann leg mal los. Gut. Sollen wir jetzt Tschüss sagen, oder wie? Ja, sag mal Tschüss. Tschüss. Sag Tschüss Sponti. Tschau. Tschüss. Tschüss Sponti. Dann Tschau.